In Deutschland errscht dieser Tage eine Mischung aus Bestürzung und Hilflosigkeit, was die wiederkehrenden Gewalttaten mit neonazistischem Hintergrund anbelangt. Doch wir sind nicht still, wir sind gegen rechts, deswegen sind wir hier. Aus Wut im Bauch werden Wut im Bauch. Du wirst wirklich saudo, darum geht's dir gut. Was ist deine Attitüde, ständig kocht dein Blut. Alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nichts weißt. Hörst wahrscheinlich nicht einmal, was Attitüde heißt. Deine Gewalt ist nur ein Schummerschrei nach Liebe. Deine Sprengerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu antikulieren. Und deine Eltern hatten niemanden, der nicht sei. Oh, Arschloch! Warum hast du Angst vor Streicheln? Was soll all der Kerz? Und hat Lorbeerkratz mit Eichen? Was ist schlicht allherz? Und Romantik ist für dich nicht bloß fraue Theorie. Zwischen Störkraft und Bellonkel steht ne Kuschelrock-FP. Deine Gewalt ist nur ein Schummerschrei nach Liebe. Deine Sprengerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu antikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für den Zeit. Oh, Arschloch! Weil du Probleme hast, die keinen interessieren. Weil du Schiss vom Schusen hast, bist du ein Faschist. Du musst deinen Selbstrass nicht auf andere projizieren. Damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du betrug. Deine Gewalt ist nur ein Schummerschrei nach Liebe. Deine Sprengerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich hartig zu antikulieren. Und deine Freundin, die hatten niemals für dich Zeit. Arschloch! 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 Arschloch!